Hey Leute, in diesem Minitipp zu Dark Souls Remastered zeige ich euch, wie ihr den schwarzen Ritter hier im Bezirk der Untoten relativ einfach besiegen könnt. Ich habe hier schon mal alle Gegner aus dem Weg geschafft und locke den schwarzen Ritter jetzt hinter mir her. Da sprinte ich einfach nur die Treppe hoch, wo hier der Typ mit dem Fass oben auf einen lauert und gehe dann hier zu diesem Durchbruch in der Mauer. Und warte jetzt, bis der schwarze Ritter eigentlich fast den oberen Treppenabsatz hier erreicht hat und rolle mich dann hier runter. Und jetzt kann ich einfach nur warten und der Ritter springt in die Tiefe. So, das war's auch schon. Hier kann man jetzt runterlaufen, nicht rollen, da springt man nämlich daneben. Einfach nur laufen und kommt dann hier unten wieder an, wo der Ritter gestanden ist. Und wir können uns hier hinten den blauen Tränensteinring holen. Jo, das war's jetzt für diesen Minitipp. Ich hoffe, er hilft euch ein bisschen weiter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video auch wieder vorbeischaut. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao! Ciao!